Hallo und herzlich willkommen. Heute mal in eigener Sache zu einem kleinen Infovideo. Und zwar hatte ich das Problem, dass mein Samsung TV kein WLAN mehr hatte. Bei meinem Fernseher handelt es sich um das Modell UE55JU6050. Ob es bei anderen Samsung Fernsehern funktioniert, weiß ich nicht genau. Sollte allerdings. Und zwar ging es darum, dass, wie gesagt, mein Fernseher keine WLAN-Verbindung mehr hat. Der hatte nicht mal mehr ein WLAN-Netzwerk gefunden. Also da war ich dann schon ziemlich baff und habe mich gefragt, warum. Er hat sonst immer meinen WLAN natürlich und die von meinen Nachbarn gefunden. Und jetzt war er natürlich dann auf eh mal Ende. So, und um dieses Problem zu lösen, schnelle Rede eigentlich, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so einfach ist. Ist es so, dass wir alles abstöpseln. Wir ziehen komplett alle Stecker vom Fernseher, vom Receiver, alles, was eben mit dem Fernseher verbunden ist, sag ich mal. Außer natürlich das WLAN eben. Ziehen wir aus dem Netzteil raus, sodass der Fernseher eben keinen Strom mehr hat, kein gar nichts. Und dann nehmen wir uns unsere Fernbedienung, die hier und drücken den Knopf für 15 Sekunden. Einfach 15 Sekunden lang drücken. Danach stöpseln wir alles wieder ein, suchen uns unsere Netzwerkeinstellungen und ja, unser Netzwerk eben, unser WLAN. Zack, alles ist wieder da. Also das ist wirklich eine Sache von ein paar Minuten oder ein paar Sekunden und alles funktioniert wieder, alles ohne Probleme. Ja, ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht ein bisschen weiterhelfen, wenn irgendeiner mal wieder Probleme hat mit seinem Fernseher und dass der eben keine WLAN-Verbindung findet. Und bedanke mich für das Zuschauen.